Ich muss dir gleich ein wunderschönes Schlagzeug zeigen, was da vorne steht. Sieht so aus, als hätte man das zu heiß gewaschen. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zurück zu deinem Lieblingspodcast. Die DAW-Versteher melden sich hier wieder aus der Hagia Sophia der deutschen Mastering-Szene. Vielleicht nicht so hallig, aber zumindest genauso berühmt, das Zoria Mastering-Studio beheimatet uns heute für unseren schönen Podcast. Und ich bedanke mich für die Einladung, wieder hier sein zu dürfen zu unserer Jubiläumsfolge bei meinem Freund, den goldenen Ohren von Holtwig bei Björn Schlüter. Vielen, vielen Dank, lieber Jonas, dass du den Weg heute wieder auf dich genommen hast. Und natürlich danke an euch fürs Einschalten. 50. Folge zum 50. Mal ist der liebe Jonas angereist hier nach Holtwig und hat schöne Leckereien wieder mitgebracht. Ich freue mich sehr, euch diesen charmanten Mann näher vorstellen zu dürfen. Zu meiner Linken, zu eurer Rechten, Jonas Wagner. Genau, und für alle, die uns hören, aus der Mitte. Aus der Mitte, weil wäre ja doof, wenn wir das mit dem Panorama machen. Ich durfte das tatsächlich am Anfang erst lernen. Ich hatte ja keine Ahnung, wie man Podcast mischt irgendwie. Klar weiß ich, wann was gut klingt oder was schlecht klingt irgendwie. Aber am Anfang habe ich erst mal gedacht, naja, also die ersten Podcasts, die ich so gemischt habe, habe ich erst mal links rechts. Weil man saß ja auch links rechts und so weiter. Aber dann habe ich festgestellt, dass Podcasts doch sehr zentral und mono gehört werden. Das war die erste oder zweite Folge, wo ein Kollege von mir schrieb, ich glaube, es war der Philipp, liebe Grüße, Podcast total cool, aber das mit dem Panorama finde ich komisch. Und ich sage, was meint der denn jetzt mit Panorama, ne? Wir haben jetzt ja kein Alpenpanorama eingeblendet oder so. Bis ich dann rausgefunden habe, ja, du hattest irgendwie einen nach links oder so ein bisschen nach links rechts. Ja, der Herr Wachner kommt halt vom Bild, ne? Und dann habe ich den Ton halt auch so angeordnet, wie man sieht und habe dann festgestellt, aber für das Audioformat ist es doch eher geneigt, das ist der Zuhörer geneigt, das eher im Mono zu hören. Macht ja auch Sinn. Soll ich dich mal richtig ärgern? Ja. So klingt das. Wenn ich jetzt rede, bin ich etwas nach links gepannt. Und wenn ich jetzt rede, bin ich in der Mitte. Habt ihr den Unterschied gehört? Ja, vor allem wäre es noch interessant, wenn ich parallel dazu rede. Hast du dir den Zeitstempel aufgeschrieben in der Mitte? Das mache ich auf jeden Fall, damit ich das noch reinrechnen kann. Aber wir haben heute die Jubiläumsfolge, nicht nur die 50. Folge, mein Lieber, sondern ich habe in unsere Daten reingeguckt, wann die Folgen erschienen sind und vor zwei Jahren, ziemlich genau, fast auf den Tag genau, vor zwei Jahren kam auch die erste Folge raus. Das heißt, wir haben zwei Jahre Geburtstag und die 50. Folge. Das heißt, ein Doppelgeburtstag. Und deswegen habe ich auch doppelte Geschenke mitgebracht. Ja, ich wollte gerade sagen, ich sehe nicht nur eine Tüte, wo drauf steht, wir suchen dich, Bäckerei-Fachverkäuferin. Sondern es sind sogar drei Tüten. Ja, lass dich überraschen, weil unser lieber Freund Patrick Enzo, der hier immer regelmäßig kommentiert, liebe Grüße, Patrick, nach Österreich. Und Patrick hat gesagt, er möchte mal wieder, dass die Quarkbällchen vor der Kamera verspeist werden. Das möchte ich eigentlich nicht so essen vor der Kamera, das ist immer so ein Mittelgut. Vor allem, wir haben immer dunkle Klamotten an, das heißt, die sind nachher voll mit diesem wunderschönen Zucker. Zuckerbrösel. Nichtsdestotrotz möchte ich euch nicht vorenthalten, was für Geschenke ich mitgebracht habe hier zu unserer 50. Folge. Und das Tolle ist, wir haben nicht nur eine 50. Folge, sondern dank moderner Videotechnik ist ab jetzt hier auch ein Hintergrund dahinter, den ich schön gemacht habe. Sieht gut aus, ne? Toll. Ja, die 50. Folge. Großartig habe ich das hingekriegt, ne? Natürlich ist da alles nackig für uns beide, aber ihr seht einen tollen Hintergrund. Naja gut, also ist eine schöne Bassfalle, kann man jetzt nicht meckern. Durchgestimmt, auf den Raum abgestimmt, aber ich war ja über Geschenke am Reden. So, also wir suchen eine Bäckerei Fachverkäufer in, darf man in Nordrhein-Westfalen glaube ich noch sagen, ne? Wir sind ja nicht in Bayern. Genau, genau. Wir haben also den gemeinen Quarkball hier am Start. Ich hole ihn mal raus, präsentiere ihn mal. Das ist der gemeine Quarkball, wunderbar fluffig, mit Zucker gesprenkelt. Aber ich bin heute auf dem Weg hierher an einem Laden vorbeigefahren. Und da fahre ich eigentlich regelmäßig vorbei, weil wenn ich zu Björn fahre, fahre ich vorher zu meiner Mutter, die wohnt im Ort nebenan. Und komme dann in so einem kleinen Tante-Emma-Laden vorbei. Und der hat immer noch diese gelben, handgeschriebenen Schilder vorne in der Tür drin hängen. Strobmanns heißt der Gute, also Strobmann mit O-E. Und nicht zu verwechseln mit dem Anbieter von, ich glaube, Bio-Essen und so weiter, das ist ein großer Versender aus Münster. Sondern dieser kleine Tante-Emma-Laden heißt auch Strobmanns. Im Großhandel ist das Strobmanns. Oder Großhandel, ja genau. Auf jeden Fall, dieser kleine Laden heißt auch Strobmann, bekannter Name hier, bei uns im Münsterland. Und dann fahre ich jedes Mal dran vorbei, hängt so ein Schild in der Tür, frische, hausgemachte Frikadellen. Jedes Mal fahre ich vorbei und heute habe ich gedacht, heute nicht. Heute gehe ich rein und lande dann quasi in einem Universum von vor 40 Jahren. Weil so ist, der Laden hat sich in den letzten 40 Jahren quasi nicht verändert. Und bin dann zur Fleischtheke hin und es roch. Weißt du, heutzutage, wenn du in so einen Supermarkt reinkommst, da riecht es quasi nach nichts. Also maximal nicht unangenehm. Ja, außer es gibt eine Fischtheke oder eine Käsetheke oder so, ja. So, aber selbst bei denen riecht es nahezu nach nichts. Du kommst bei Strobmann an die Fleischtheke, da riecht es aber richtig nach Fleisch. Da liegen die dicken Schinken und alles irgendwie. Also alles, was das Fleisch jetzt begehrt. Münster in der Knochenschinken. Liegt da und du kommst da schon und riechst das schon irgendwie. Als Vegetarier brauchst du in den Laden gar nicht erst reingehen. Also du kommst gar nicht ohne tränende Augen bis zur Käsetheke durch. Aber da habe ich dann zugeschlagen. So, jetzt gucken wir mal, was ich gefunden habe. Ich habe nämlich, die Guten Appetit steht auch auf der Tüte. Den werden wir gleich auch haben. Auch dieses hier nicht vor der Kamera natürlich. Aber ich habe die hausgemachten Frikadellen mitgebracht. Und wie ich gerade sehe, die gibt es in unterschiedlichen Farben. Einmal in braun. Das sind aber auch richtige Klömpfe da. Und einmal in hell. Aber das ist also für alle, die uns nicht sehen können hier, die uns nur hören, ihr müsst mir jetzt vertrauen, dass ich hier so ungefähr 500 Gramm Hack in der Hand habe. Schön durchgebrannt. Und das hat auf jeden Fall Gegengewicht irgendwie. Du kannst ja mal nur die Tüte in die Hand nehmen, mein Lieber. Ja, die sackt schon die Hand durch. Selbst der Schlackzeug hat nicht genug Kraft. Herrlich. Und weil das ja nicht genug ist mit dieser Frikadelle, habe ich gedacht, komm. Frikadelle darf man ja, glaube ich, auch rein politisch betrachtet auch, glaube ich, nicht ohne Senf essen, ne? Ja, genau. Ich habe aber erst mal ein Brötchen besorgt, damit natürlich das Mittagessen vollkommen ist. Sagt die Verkäuferin, nicht die Bäckerei-Fachverkäuferin, sondern es ist alles ein Laden, also nur eine Verkäuferin, sagte dann, ich habe aber nur noch die Runden. Ist aber derselbe Teich. Ja, natürlich ist das derselbe Teich. Das Handy in den Fluchmodus schalten. Ja, in den Fluchmodus, genau. Fluchmodus. Und, ich habe ja gesagt, kleiner Laden. Es gibt vier Regale oder so, wo natürlich jede Menge Ravioli drinsteht und so weiter. Alles, was eingedost ist. Nicht wirklich viel, aber 15 Sorten Senf. Und ich dachte, das kann aber nicht wahr sein. Du kriegst hier nahezu nichts, aber 15 Sorten Senf. Also habe ich den Löwensenf, das trifft mein Humorzentrum übrigens, den Löwensenf Mittel. Mittel? Ich dachte immer, Löwensenf wäre scharf irgendwie. Der gibt ja auch extra scharf Löwensenf. Ach so. Der zieht dir dann aber auch dermaßen die Augenbrauen gerade. Dann ist es, hui. Sieht ja aus wie Bert mit so einer Monopraue. Auf jeden Fall habe ich den Löwensenf dazu gekauft. Das wird unser Mittagessen sein. Und zu unserer Jubiläumsfolge 50 Folgen DAW-Versteher. Das heißt, wir haben jetzt genügend über Essen gesprochen, aber den Kaffee haben wir noch gar nicht angerührt. Deswegen erst mal Pro-Sit. Ja, ich würde sagen, auf die DAW-Versteher. Und dazu zähle ich nicht nur uns beide, sondern natürlich auch alle fleißigen Zuschauer und Zuhörer. So nämlich. Und auf die nächsten 50 Folgen auf jeden Fall. Mach mal immer so schön, ne? Auf die nächsten 50. Ja, so. Wobei ich, meine Oma, die ist jetzt 95, wo ich ihr gesagt habe, so, dann auf die nächsten 5, bis du 100 wirst. Ne, 100 werde ich nicht. Okay, alles klar. Aber wenn man das für sich selber entschlossen hat, beschlossen hat. Klare Aussage. Vollkommen richtig, oder? Sie war zu dem Zeitpunkt auch schon weitgehend durchgenossen. Nur noch das schöne Wetter und der Rest passte dann irgendwie. Aber wo ich gerade die Tasse hier in der Hand habe, ist es mir tatsächlich ein großes Anliegen, euch als fleißige Zuhörer und Zuseher mitteilen zu können, dass wir zwei Tassen verlosen im Rahmen dieser DAW-Versteher. Episode Nummer 50, die Jubiläumsfolge. Es wird immer wilder heute. Wir haben totale Sachen vorbereitet. Gewinner, Gewinner, Gewinner. Von bleibendem Wert, genau. Zwei Tassen verlosen wir unter allen, die einen Kommentar hier bei YouTube drunter schreiben. Das heißt, alle, die uns bei Spotify oder ähnlichen Plattformen hören, geht mal kurz rüber zu YouTube, schreibt noch einen Kommentar unter das Video. Und ich hatte erst Bedenken, weil ich habe beim Durchgucken der ganzen Titel von unseren Folgen, ist mir nochmal aufgeploppt, dass wir ja im Dezember diesen Telegram-Scam hatten, wo ich ja auch im Dezember im Rahmen des Adventskalenders eine Verlosung gemacht habe, wo Leute dann vermeintlich von mir über Telegram angeschrieben wurden und habe dann seitdem so ein bisschen so Befangenheit mit Gewinnspielen hier tatsächlich bei YouTube und habe gedacht, können wir das machen? Irgendwie nicht, dass schon wieder irgendwie die Leute angeschrieben werden, sobald da irgendwie Gewinnspiel dran steht oder so. Deswegen nochmal ein kleiner Appell an euch. Wenn ihr von vermeintlich Recordingblog oder Jonas bei Telegram angeschrieben werden werdet, würdet, deutsche Sprache, schwere Sprache, ich bin es nicht. Ich werde niemanden über Telegram anschreiben. Maximal werde ich euch hier über YouTube unter einem eurer Kommentare anschreiben. Und wenn ihr das tut, wenn ihr das lest, das ich euch angeschrieben habe, schickt mir bitte eine Mail an, entweder hier info at drw-versteher.de oder an jonas at recording-blog.com und versichert euch bitte nochmal gegen, dass ich es wirklich bin. Kleiner Appell wirklich nochmal an eure Aufmerksamkeit an der Stelle. Falls ich in einem Gespräch mit euch, falls ich euch angeschrieben haben sollte, irgendwann mal unvermittelt anfange, euch zu siezen. Ich würde nie jemanden hier siezen. Das heißt also spätestens dann müsst ihr wissen, dass ihr es nicht mit mir zu tun habt und brecht dann bitte die Kommunikation ab. Und ich werde euch auch nie um Geld bitten, weder für Porto noch für sonst was irgendwie Auslagen. Ihr werdet von mir nicht die Aufforderung bekommen, dass ihr mir Geld überweisen solltet oder sonst was irgendwie. Ihr könnt uns gerne natürlich einen Kaffee hier unter dem Video ausgeben, über den Button Mitglied werden oder auch über Paypal.me oder alles findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Aber ich werde euch nie über Telegram kontaktieren und hoffe, dass das jetzt einmal durchsackt in der Community und dass wir dann wieder gefahrfrei hier Gewinnspiele durchführen können. Denn das nächste Gewinnspiel wartet quasi schon in der Pipeline bei mir zu Hause. Ich freue mich schon drauf. Ich habe nämlich neulich im Studio gesessen und habe gedacht, da sind schon wieder so viele Kabel hinter meinen Racks. Bei dir kommt das ja nicht so vor, aber ich verkabel immer mal wieder um und dann so jedes Jahr gucke ich mal so hinter meine Racks und stelle fest, da liegt ein Riesenhaufen Kabel. Ja gut, ich zeige halt auch nie Fotos von der Rückseite meines Tisches. Ich suche dann irgendein Kabel und finde das nicht und ärgere mich dann oder wo geht das jetzt nochmal hin oder sonst was irgendwie. Das heißt, Frühjahrsputz steht an, ist ja eh gerade, wir sind ja jetzt gerade im Frühjahr gelandet. Frühjahrsputz steht an, das heißt, ich reiße meistens dann alles raus, strukturiere nochmal um, schmeiße Racks raus, Geräte, die ich jetzt seit einem Jahr nicht mehr angepackt habe, müssen da auch nicht stehen und so weiter und habe jetzt aber gedacht, es wäre doch cool, wenn ich nicht nur meine KH310 hätte, sondern auch eine Nearfield, also eine kleinere Box. Und ich habe ja die KH120 noch nebenan stehen, die ich nie verkauft habe und jetzt traf es sich sehr gut, dass dieses ARC-System von IK Multimedia rausgekommen ist. Das steht jetzt bei mir nebenan und wartet darauf, angeschlossen zu werden. Meine KH310 sind ja angeschlossen über die Raumkorrektur im Subwoofer und die KH120 würden darüber aber nicht laufen. Das heißt, die könnte ich jetzt mit dem ARC-System mal ausprobieren und mal gucken, was das so kann im Vergleich dazu. Bin ich schon sehr gespannt. Erzähl mal, dieses ARC-System ist quasi diese Raumkorrektur in so einer kleinen Hardware-Box. Genau, das ist im Prinzip das Sound-ID-Reference, so ein Plug-in, mit dem man ja eine Raumkorrektur machen kann. Das gibt es einmal für Kopfhörer, einmal für Räume. Das ist aber ein Plug-in, das du immer händisch reinladen musst und dann bei manchen DAWs gibt es keinen Post-Bereich hinter dem Fader, dann vergisst man es beim Export, das rauszunehmen und so weiter. Deswegen bin ich immer ein großer Freund von Hardware. Außerdem Sound-ID-Reference, ich weiß nicht, ob das noch eine Latenz hinzufügt oder sonst was irgendwie. Bei dieser Box ist es halt so, das ist im Prinzip auch nur EQ-Kurven, die da glaube ich reingebaut sind. Also jetzt nicht noch Laufzeitunterschiede oder sonst was, nichts Ultrakomplexes. Kostet aber glaube ich auch nur etwas über 200 Euro und ist dann Hardware. Klemmst du quasi zwischen Monitor-Ausgang an deinem Interface oder an deinem Monitor-Controller und die Boxen. So wie wir auch den, oder nee, du ja nicht mehr, ich den Con-EQ. Wie du den Con-EQ, genau. Zwischen Wandler und... Genau. Und dann korrigiert er quasi in dieser Box, musst du einmal einmessen in dein System, kannst entweder 7 Messpunkte oder 21 Messpunkte machen und dann misst er deinen Raum aus und dann packst du es hinten rein in die Ecke, machst ihn einmal an und kannst vergessen. So, das war's. Ja, das ist top. Das ist top für den Preis vor allem. Und vor allem latenzfrei. Das ist halt der Vorteil, da ist eine DSP drin, der das latenzfrei macht. Das heißt, du kannst das Ding, die Raumkorrektur auch anlassen, wenn du aufnimmst. Das heißt, also wenn du, wie ich zum Beispiel, Gitarre aufnehmen willst, ich hatte früher mal so eine DSP-Box, wo das auch drin war, die war für Heimkino war die gebaut eigentlich. Aber ich wollte die ausprobieren und hab das dann auch eingemessen. Das war dann das D-Mark-System, ein ziemlich renommiertes Einmesssystem auf jeden Fall, die Software. Und das hat super funktioniert. Also der Raum war wirklich richtig gut danach. Einziges Problem, das Ding war so langsam, dass du quasi 20 Millisekunden Latenz dadurch reingebracht hast. Und als ich das erste Mal vergessen habe, das Ding auszustellen fürs Aufnehmen, hab ich dann gesessen mit der Gitarre versucht so zu groven und es wollte nicht, was ist denn heute los? Und dann fiel mir ein, ach, du hast noch die Raumkorrektur an, den musst du ausschalten. Und dieses ARC-System hat keine Latenz. Deswegen bin ich schon sehr gespannt, was das aus meinen KH-120 rausholt, nach dem Frühjahrsputz. Vielleicht wird es auch ein Sommerputz. Ich muss noch mal gucken. Im Moment ist die Hemmschwelle noch so hoch, dass ich das tatsächlich alles rausreiße. Weil das KH-310-System muss ich ja dann auch wieder neu einmessen, wenn ich umräume und so weiter. Und ich habe noch so zwei Bassfallen hinter meinem Monitor stehen, die will ich vielleicht auch umräumen, noch woanders hin. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich habe ja schon vor zwei, drei Wochen so einen richtigen Frühjahrsputz gemacht. Ja, mit dem Swiffer. Auch. Unter anderem, wo wir telefoniert haben, wo ich gesagt habe, ich stehe hier gerade in mehreren Wäschekörben, Papier und Treiber-CDs für PC-Bildschirme. Und Wahnsinn, was ist mal alles so. Knie-Tieb in Restmüll. Also wirklich Wahnsinn, was man so anhäuft für ein Kram einfach in den Schränken. Also natürlich habe ich jetzt keine Equalizer und keine Mikrofone weggeschmissen, aber halt wirklich so, weiß ich nicht, diese, wenn du dir jetzt einen PC zusammenbaust aus Komponenten, dann kriegst du ja, hast du ja noch 35 Kabel und kleine Schräubchen überall. Alles noch. Boah, ich habe wirklich Sachen, ich habe jetzt Platz. Ich habe wirklich im Nebenraum, im Aufnahmeraum, wo man im Startzeug steht, ey, ich könnte da jetzt drei Schränke voll machen mit Kram, genau das Gleiche. Wahnsinn, also ich muss mir jetzt überlegen, ich muss wieder irgendwas in die Schränke stellen. Dekoration vielleicht. Also wenn ihr gute Deko-Ideen habt, dann gerne her damit. Für ein Tonstudio natürlich. Habe ich erzählt, dass ich neulich mein ML1 von Slate wiedergefunden habe, mein Mikrofon? Ich war steif und fest davon überzeugt, dass es irgendwo im Haus sein muss. Ich wusste nur nicht wo. Damit ihr das mal einschätzen könnt, wir wollten, ich habe ja auch ein ML1 von Slate, wir wollten vor ungefähr fünf Monaten bei irgendeinem Video zwei ML1 was machen und seitdem sagte der Herr Warker, ich weiß nicht wo das ML1 ist. Ich habe so eine kleine Rundebude neben dem Studio. Eigentlich die Einsinge, wo mein Klavier steht, wo auch mein Rhodes steht. Ich habe neulich mal geguckt, was so ein Rhodes bringt, wenn man das heutzutage verkaufen würde. Ich glaube, ich muss immer drüber nachdenken. Gute Wertanlage. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich irgendwas gesucht. Ich habe auch noch so zwei so Ikea-Schränke da stehen. Da sind Vorhänge davor, damit ich die nicht sehen muss. Das dämpft auch, weil da jede Menge Zeug drin ist. Bücher sind da drin. Und meine meine Original, mein Original Handbuch von Logic 9. Das war damals noch so ein 10 Kilo Schwarten irgendwie. Und mein alter Laptop, auf dem noch Logic 5 läuft. Ne, 3.5 noch läuft. Also auf Windows. So alt ist der schon, der Laptop und die Version. Auf jeden Fall habe ich gedacht, irgendwo hier unten muss doch noch was sein. Und schieb so zwei Kisten zur Seite und guck da so, was ist denn das für ein Koffer? Und zieh den Koffer so raus, mach den auf. War da das ML1 drin? Da hatte ich komplett storniert, dass das im Koffer ausgeliefert wurde. In diesem KS, ja. Weil die ML2 in so Pappschachteln drin sind. Und in meiner, in meinem Haufen von Mikrofonen, wo alle anderen Mikrofone drin liegen, irgendwie so, da war es eben nicht dabei, weil ich einfach vergessen habe, dass es in dem Koffer unten links in der Ecke stand. Ich habe es wieder gefunden. Ihr seht mal, wie dekadent ich bin, wie viele Mikrofone bei mir rumschweren. Können wir ja bald mal schöne Stereoaufnahmen mit dem Slate ML1 machen. Ja, wäre vielleicht sogar spannend, wenn man es mal gegen das DLX von Universal Audio halten würde, ne? Weil die ML1 kostet ja, wenn du 500 Euro oder 400 Euro. Ja, aber wenn die im Angebot, wenn die im Sale sind. Ich glaube, die kosten regulär sonst auch wohl irgendwie 700 oder so. Ja, aber der Herr Slate macht ja regelmäßig Sales. Also von daher lohnt es sich, wenn man Bock drauf hat, kann man auf jeden Fall drauf warten. Spätestens zum Black Friday gibt es dann... Die alte Pumper. Ja. Auf jeden Fall, 500 Euro finde ich vollkommen fair, weil das auch ohne diese Profile, die da mitgeliefert werden, schon ein ordentliches Mikrofon ist. Ein wirklich ordentliches Mikrofon ist. Ich habe nichts anderes mehr für, wenn ich dann mal dreimal im Jahr irgendwie sprache oder Gesang aufnehme. Ja, ja. Also... Und die böden Hülsen nehmen ja auch darüber auf. Also von daher ist das ja nicht verkehrt, ne? Wo der reinschreit. Das ist ja... Nein, Quatsch. Natürlich wollen wir der Campinos Stimme nicht schreiten. M1 in der wunderschönen verpackten U47 Optik, aber letztendlich die Technik ist dieselbe, von daher ist es Wumpe. Und wie gesagt... Sieht halt einfach aufregender aus, ne? Ja, aber könnte ja wirklich ein spannender Vergleich mal sein, ne? Wenn man die zwei DL oder DLX... Ist denn dieses DLX, das ist doch... Kann auch Stereo? Ne, doch. Ne, es gibt das DL und das DLX. Das DLX ist Stereo tatsächlich und das DL ist einfach nur ein Omnimikrofon. Das muss man jetzt auch dazu sagen, weil das ML1 ist kein Omnimikrofon. Ne, ist reine Niere, ja. Es hat eine Membran und das DL hat zwei Membranen. Ja, aber Stereoaufnahmen kannst du mit dem DLX ja dann auch... Ist es ja auch nur eine 8 dann möglich? Ne, ne, du kannst... Das DLX ist tatsächlich ein Stereo-Mikrofon. Das heißt, beide Kapseln, da sind zwei Kapseln drin verbaut, können auch abgenommen werden. Das heißt, du kannst natürlich auch die Polarität drehen und eine 8 daraus machen oder eine Kugel oder wie auch immer das technisch zusammenhängt. Du kannst es aber als Stereo nehmen und das DL selber ist aber ein reines Monomikrofon. Das heißt, du kannst es nicht abgreifen. Also nicht wie beim OC818 zum Beispiel von Austrian Audio, wo du einen zweiten Abgang hast und dann entweder Stereo aufnehmen kannst oder aber total abgefahrene Dinge. Mit nachträglich, ja, Polarität und so. Ich glaube, ich muss noch mal ein Video darüber machen, weil dieses Mikro ist unfassbar, was das für die Kohle kann. Ich finde das auch total spannend. Unfassbar. Ich finde das auch irgendwie... Es hat so einen Anmut. Ja. Dieses Design, es ist relativ... Ja, es ist ja kein kleines Mikrofon, muss man schon sagen. Es ist aber auch nicht viel größer als ein C414. Genau, es ist ja flach. Es ist ja wie so ein Flachmann, sag ich jetzt mal. Ja, genau. So ungefähr. So groß wie ein Flachmann. Irgendwie, man sieht es ja oft jetzt auch, selbst in der Klassik-Welt, wo ich ja auch unterwegs bin, sieht man jetzt nicht nur noch Schöpps und höchstens mal vielleicht noch irgendwie Neumann oder so, sondern tatsächlich, ich glaube, es war sogar dieses Jahr beim legendären Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Ich meine, da hätte man im Fernsehen sogar die OC18... Das passt natürlich aus Wien, aber die kommen ja aus Wien. Genau. Das sind ja Mitarbeiter, die bei AKG weggegangen sind, also AKG in den... Und auch sehr, sehr liebe Leute, ne? Asien gewesen sind total nette Leute, ja. Doch, BeatCon. Auf der BeatCon, ja, genau. Ja, super. Ich habe die vorher schon auf der Superbooth getroffen und auf der BeatCon werden wir sie auch dieses Jahr wieder treffen. Da werden wir natürlich auch wieder sein auf der BeatCon und auf der Superbooth. Die ist in Berlin dieses Jahr, die BeatCon? Ja, genau, die BeatCon ist in Berlin, weil in Duisburg wird umgebaut und deswegen ist das Gelände nicht verfügbar. Ich meine, das war schon eine coole Location, da die gebillige Sachen. dass der Ingo da auch wieder hingehen wird, aber jetzt, das nächste Mal ist es erstmal in Berlin. Freue mich auch schon drauf, weil das Superbooth in Berlin, dann ist der in Berlin, dann haben wir in Hamburg haben wir die Studioszene, wenn sie dann wieder stattfindet. Also wird so ein spannender Rundumschlag und da können wir immer unseren Kumpel Timo Krämer nochmal besuchen, der ja in Berlin aussitzt, mastert und arbeitet. Der liebe Timo, schaut in seinen Kanal rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und abonnieren bitte. Timo braucht dringend über 10.000 Abonnenten, weil das ist, die hat er mindestens verdient, seine Arbeit, die er da macht. Also großartig, liebe Grüße an dieser Stelle hier auch an Timo Krämer. Ich habe übrigens festgestellt, unter Tränen, dass ich einen Follower Schwund auf Instagram aktuell zu verzeichnen habe. Einen validen? Weiß ich nicht, wie der heißt, aber grundsätzlich... Einen ernstzunehmenden? Ja, es sind schon irgendwie so ein paar hundert. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich da einfach nicht mehr so viel Content raushaue, wie ich das früher gemacht habe, sondern eigentlich nur noch so meine tägliche Story irgendwie so. Foto. Was macht man halt? Was rasiert? Nicht? Nee, den Bart tragen, ich habe mir da weiter offen. Einfach so irgendwie halt aus dem Studio irgendein Foto oder halt Releases zeige, die ich halt gemacht habe und nicht mehr so irgendwie Content da zeige. Aber ich finde es auch immer schwierig. Also Personal Content, meinst du, oder was? Naja, Content, keine Ahnung, irgendwelche Tipps oder so. Ich mache da wenig in diesem ganzen Reels-Ding irgendwie so. Gibt es das denn überhaupt noch Reels? Ja, voll. Oder Storys? Ich verstehe immer noch nicht den Unterschied. Ich brauche einfach, das nützt alles nichts, ich brauche einfach einen Mitarbeiter. Da müssen wir jetzt, wir müssen jetzt... Ich habe noch die Domain Mitarbeiter des Monats. Ja? Ja. Wirklich jetzt? Ja, natürlich. So hieß doch meine Band. Ach ja. Die ersten Videos, die hier im Recording-Glog erschienen sind, meine Band hieß ja in Anführungszeichen Mitarbeiter des Monats, weil ich fand das super, wenn auf dem Plakat spielt. Wer spielt denn heute? Der Mitarbeiter des Monats. Ah, finde ich super. Freibier ist auch immer ein guter Werk. Freibier, ja genau. Aber Ausverkauf, da ist nie was los. Das ist schade. Aber genau, unterm Strich, ich brauche einfach jemanden, der mit mir, der meinen Instagram wieder auf Vordermann bringt. Das ist alles nichts. Also wenn ihr euch berufen... Guck mich nicht so an, ich kipp mich damit nicht auch. Ja, wenn ihr euch berufen führt, ihr könnt euch gerne bewerben bei mir. Zahlung ist überdurchschnittlich. Dann so viel kann ich schon mal versprechen. Er zahlt in körperlicher Nähe. Free Hugs. Für jeden gewonnenen Follower gibt es... Was zahlt Spotify nochmal pro Stream. 0,00 irgendwas, keine Ahnung. Das ist auch wirklich bitter, was du jetzt da auch geschenkt irgendwie. Aber wenn jetzt wirklich, jetzt ohne Scheiß, wenn jetzt jemand zuhört oder zuschaut, der sagt, ja pass auf hier, Schlüter, hör mal, was ist da los? Da ist doch Potenzial. Ich mach dir das fertig. Natürlich nicht für 0,0033 Cent irgendwas. Wenn sich jemand berufen fühlt, gerne bei mir melden. Vielleicht gerne einfach über Instagram bei mir melden. Storia Mastering. Und mich mal anschreiben da. Ja. Weil ich hab da schon Bock drauf. Das Problem ist einfach nur keine Zeit. Das ist so das Erste. Ja. Und das Zweite ist, ich tu mich unheimlich schwer damit Video, was die wenigsten ja glauben können, dass ich natürlich ausgebildeter Videocutter und Videograf bin. Und vor allem mein größtes Steckenpferd, Grafikdesign. Ja, auch meins. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Grafikdesign bin ich noch besser, glaube ich, als im Video. Ich hab das ja alle zwei Wochen, wenn ich Thumbnails, ich bin ja froh beim DAW-Versteher, dass wir dieses eine Thumbnail haben und ich weiß, das ist bestimmt nicht das beste Thumbnail der Welt, aber wir sind drauf, der Titel ist drauf und die Episodenfolge ist drauf. Mehr muss eigentlich nicht. Mehr geht nicht. Aber ich muss ja trotzdem für die YouTube-Videos immer wieder neue Thumbnails machen und man ist ja quasi in Konkurrenz mit den ganzen anderen Thumbnails. Das heißt, man muss ja irgendwie einen Stil beibehalten, ansprechend sein und so weiter und jede zwei Wochen stehe ich davor und denke, ach Gottchen, ich muss ja noch ein Thumbnail machen. Ich kann das beste Video der Welt gemacht haben. Wie ist das mit KI? Ja, geht mittlerweile auch einigermaßen, aber dafür brauche ich dann genügend Vorlauf, um das Video hochgeladen zu haben, damit die KI das analysieren. Ich habe es noch nicht ganz ausprobiert. Also das letzte Video ist ja über KI-Stimmen, wo man daher sagen muss, das sind nicht KI-Stimmen, sondern du musst dir vorstellen, diese Software, diese KI, die projiziert quasi ein anderes Timbre, eine andere Stimmfarbe auf deine Stimme drauf. So. Also so, ein Hilfsmittel. Guckt euch das Video an, falls es es verpasst haben soll. Es lohnt sich auf jeden Fall, mal sich überraschen zu lassen an der Stelle. Apropos Video. Ja. Du hast da so einen schönen Zettel. Also sogar zwei Zettel. Habe ich sogar vorbereitet für heute. Es ist der absolute Knaller. Ich habe alle Titel rausgesucht und das Veröffentlichungsdatum von unseren 50 Folgen hier auf dem Papier zu sehen. Und wir haben uns überlegt, deswegen ist es auch gut, dass du mich jetzt rausbringst, weil sonst würde ich bis übermorgen noch erzählen. Das habe ich mir gedacht. Ja, ja. Dass wir zu unserem vorbereiteten Thema kommen, weil wir haben ja heute Jubiläumsfolge. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass ich mal alle Titel rausschreibe. Und wir wollten eigentlich erst so eine Losbox machen, aber das war mir ein bisschen zu aufwendig, hier 50 Titel auszuschneiden, dann in so eine Dinges reinzumachen. Also habe ich die 50 Titel hier aufgeschrieben von unseren Videos. Und wir versuchen jetzt mal, uns daran zu erinnern, worüber wir wohl da gesprochen haben. Weil Videotitel ist eine ähnliche Herausforderung wie Thumbnail. Du hast also eine Stunde Videomaterial und sollst jetzt eben einen ansprechenden Titel machen. Das gelingt mir mal mehr, mal weniger. Also ich habe schon beim Durchsingen, es sind schon sehr viele witzige Sachen dabei. So ist es nicht. Ja, und Prozedere ist wie folgt. Wir werden jetzt hier Björn wird mit seinem Handy einen Zufallsgenerator machen. Von 1 bis 49 oder von 0 bis 49. 0 bis 49. Es gab eine Pilotfolge, das war die 0. Genau. Und die ist erschienen am 10. März 2022. Also etwas mehr als zwei Jahre her. Und die erste offizielle Folge ist dann am 20. März herausgekommen. Vorher haben wir gefragt, die erste Folge hieß nämlich Mach mal laut und gib uns einen Namen. Du wolltest ja gerne, dass der Podcast Mach mal lauter heißt. Mach mal lauter. Ja, das fand ich eigentlich ganz lustig irgendwie. Aber DAW-Versteher, die DAW-Versteher lag ja auf der Hand, dass ich nicht selber draufgekommen bin. Aber manchmal muss man ja auch ein bisschen länger drüber nachdenken. Und ich bin zum Beispiel gestern, als ich über den Titel und das Thumbnail nachgedacht habe, bin ich einfach eine Stunde mit dem Hund durch den Wald gelaufen. Und bevor ich dann am Schreibtisch sitze, mir das Hirn zermater oder sonst was irgendwie. Und das war echt extrem befreiend. Einfach mal kurz über Glätter und Weite und Hund und Wind und so weiter. Und du kannst einfach mal die Gedanken schweifen lassen. Und dabei ist viel Gutes dabei rausgekommen, was auch gut funktioniert hat. Aber wir nehmen ein Hilfsmittel. Also wir ziehen eine Nummer zwischen 0 und 49. Und ich lese dann den Titel vor und wir versuchen herauszufinden, worum es da wohl ging. Genau. Und wir haben aber noch ein Hilfsmittel, weil ich habe hier auf diesem Mobilfunk-Gerät einer familiär geführten Handy- und Tablet-Schmiede aus Kalifornien. Ich habe hier auch unser Profil geöffnet bei Spotify. Sehr gut. Wo alle Folgen ja auch chronologisch auffindbar sind und wo ja auch immer die Kurzbeschreibung der Folge drunter steht. Die ich mir auch immer noch als kleine Zusammenfassung unseres Podcasts Gimmick ausdenke. Genau. Das heißt, das ist ein Hilfsmittel. Okay. Aber ziehen wir eine Zahl jetzt erstmal. Wir wollen ja nicht zu lange auf die Folter. So. Ich drücke auf. Wir machen mal fünf. Ich sage mal maximal fünf. Wir haben ja auch noch die Plug-Influencer-Rubrik, die wir auch noch sprechen wollen. Wir wollen euch ja den Sonntag jetzt auch nicht komplett kaputt machen. Nein, wir wollen ihn aufheitern natürlich an dieser Stelle. So, Nummer drei. Nummer drei war die Folge Quarkbällchen in der VST-Abo-Falle. Also Quarkbällchen haben wir heute schon gehabt. VST-Abo-Falle. Ich meine mich zu erinnern, dass ich aus Versehen ein Slate Digital-Abo abgeschlossen habe. Und zumindest habe ich das im Rahmen des Podcasts schon mal erzählt. Ich habe das Slate irgendwie geöffnet, weil ich das für einen Mix, den ich für eine Session, die ich öffnen wollte, brauchte ich irgendwie ein Slate-Plug-In, habe dann dieses Test-Abo abgeschlossen und dann ist das aus Versehen weitergelaufen. Ist jetzt tatsächlich aus der Kurzbeschreibung nicht ersichtlich. Okay, was sagt die Kurzbeschreibung? Also Episode 3, in der Jonas und Björn das Geheimnis des Quarkbällchens in unkundigen Verkäuferinnenhänden erforschen. Okay, alles klar. Sich in die Untiefe der VST-Plug-In-Abos begeben und ganz handfeste Tipps geben, worauf es beim Boxenkauf tatsächlich ankommt. Achtung, Spoiler, es sind nicht die Boxen. Ich erinnere mich, dass du hier ankamst und ich glaube, etwas erzürnt warst, weil die Bäckerei-Fachverkäuferin war sie, sie hat irgendwie was falsch eingepackt. So, du hast eh, ich weiß es, Quarkbällchen ist ja einfach. Tüte, Quarkbällchen, kannst du nichts verkehrt machen. Du hast aber auch Kuchen gekauft an dem Tag für, ich glaube, für deine Family oder irgendwas. Und da hast du dich darüber aufgeregt, dass heutzutage keiner mehr vernünftig Kuchen einpacken kann. Genau, weil die Bäckerei-Fachverkäuferin erkennt man nämlich daran, dass sie den Kuchen, wenn die den auf dem Tablett hat, auf das Papier legt und das Papier einschlägt, es eben nicht mit Tesafilm zumacht, sondern so umschlägt, dass das Ding von selber hält. Die braucht kein Tesafilm. Eine Bäckerei-Fachverkäuferin braucht kein Tesafilm. Das heißt, wenn ihr beim Bäcker steht und die Dame auf der anderen Seite zupft so fleißig am Tesafilm rum, also so in so einer Plastikverschwendung, zupft am Plastik rum, dann ist das definitiv keine ausgebildete Bäckerei-Fachverkäuferin. Ein Gaffa-Tab wäre okay. Nur, ein Gaffa-Tab wäre völlig okay natürlich. Ja, genau. Also mit Gaffa, Gaffa hält ja die Welt zusammen und was mit Gaffa nicht hält, kann wirklich weg. Oder Safety Clips, genau. Safety Clips oder diese Klammern auf jeden Fall. Ja, und VST-Abo-Falle war, glaube ich, ging es da... Slate oder Waves? Ich weiß nicht, ob Slate, wir haben dann so generell... Oder Universal Audio vielleicht. Wir haben auch generell dann, ich glaube auch über Plugin Alliance gesprochen, da gibt es ja auch dann dieses Mega-Bundle, Mega-Bundle und sowas. Tatsächlich, Folge 3 war am, wann war die? Die war ja dann auch im April 2022 2022, oder? Muss das gewesen sein, ne? Das war dann am Folge 3, am 17. April, genau. Ja, überleg mal, auch quasi dann zwei Jahre fast her, hat sich seitdem bei dir an der VST-Plugin-Abo-Front etwas getan? Die Abos dahingehend, dass natürlich Universal Audio mittlerweile die ganzen Plugins, die ich sowieso vorher besessen habe, Stück für Stück jetzt in Native umgesetzt hat. Ich brauche da gar kein Abo. Also dieses Abo, was die bei Universal Audio haben, brauche ich nicht, weil ich sowieso die ganzen Plugins besitze und ich darf freundlicherweise die auch als Native, das heißt freundlicherweise, das kann man eigentlich auch erwarten, dass man Plugins, die man gekauft hat, auch Native benutzen darf. Aber in dem Fall sage ich jetzt mal freundlicherweise, also das Arsenal wächst und wächst und wächst an diesen Native Plugins und irgendwann kann ich auch meine kompletten DSPs dann mal rausschmeißen oder mir ein anderes Audio-Interface zusehen, worüber ich gerade aktuell auch nachdenke. Aber ich habe das Slate Digital Abo jetzt doch wieder abgeschlossen, weil ich wieder mal einen Mix hatte, den ich nicht öffnen konnte und habe gesagt, komm, ja. Vom Vincent war das ein Mix. Ja, vom Vincent ein Mix, genau. Da waren so viele Slate Plugins drin, dass ich daher komme. Und wir hatten ja auch über Fresh Air gesprochen oder Fresh Air hieß das, ne? Fresh Air ist ja kostenlos. Aber egal, ich habe das Abo jetzt mal abgeschlossen. Besser haben als brauchen. Nee, und es ist ja, also die Unverschämtheit ist ja wirklich, das kann man ja Steven Slate auch vorwerfen irgendwie, dass er den Markt komplett kaputt macht mit dieser Menge an Plugins für diesen schmalen Budgetpreis irgendwie, ne? Aber das ist ja, gehört vielleicht zum Geschäftsmodell dieser Abo-Geschichten und so weiter dazu. er war tendenziell einfach nur der Erste. Er war der Erste, genau. Ja, ja. Es gibt ja mittlerweile auch bei Software as a Service und so weiter, da gibt es ja auch ganz viele Systeme, auch außerhalb des Musikbereichs, die alle in den Abo-Bereich verlegt werden, ne? Ist nicht sogar Pro Tools mittlerweile auch in so einem Abo-System? Pro Tools. Die komplette Adobe Suite. Ja, gut. Ich meine jetzt, wenn wir in der Musik bleiben, sind nicht nur Plugins, sondern auch die ganze Software drumherum, ne? Du, ganz ehrlich, ich habe jetzt seit, tatsächlich seit einer Woche, seit anderthalb Wochen ein iPad Pro, weil ich gerne Noten digital benutzen wollte. Ja, aber die sind auch sehr groß, die iPad Pro. iPad Pro ist quasi DIN A4 Größe. Ja, ja. Und ich hatte das Problem, ich habe ein normales iPad, wie heißt das? Air, glaube ich, ne? Ja. Das ist 9,7 Zoll, glaube ich, wenn ich alles täusche. Das ist jetzt auch schon acht, neun Jahre alt, irgendwie die Ecke. Alles gut, sage ich jetzt mal, für ein Notenblatt, ne? Für mich selber etwas, was ich spiele. Ja. Völlig okay. Ja. Wenn wir jetzt über eine Partitur sprechen, Ja, da läuft das durch, ne? Mit 40 Stimmen in der Big Band schon schwierig. Da hast du dann immerhin, weiß ich nicht, 12, 14 Reihen. Ja. Von Saxophone, Trompeten, Posaunen, Rhythmusgruppe. Wenn du jetzt aber wirklich ein Orchester hast, dann siehst du auf dem 9,7 iPad, das sieht wirklich aus. Auch mit Anfang 30 nichts mehr. Also da habe ich mich immer gefühlt wirklich wie der letzte Mohikana. So rumscrollen, das geht gar nicht. Also überhaupt nicht. In der Rede, cool zu sehen. Ich habe mich da lange mit beschäftigt, mit dem Thema. Es gab dann ein iPad Pro, das Neueste. Und man muss sagen, das ist wirklich der absolute Knaller. Also wirklich super geil. Da gibt es eine App, kann ich auch gerne sagen, die ich da benutze. Fourscore heißt die. Das ist so auch so der Marktführer. Habe ich aber, glaube ich, schon mal gehört. So. Gibt es erstmal für 22,99 Euro, glaube ich, im App Store. Wo ich dachte, gut, 22,99 Euro, mein Gott. Könnt ihr gerne haben. Hab dann angefangen, da Noten rein zu importieren. Kannst du einfach PDFs importieren, kannst du bearbeiten, drehen, du kannst da was reinmachen, kannst alles machen. Name it. Mach it. So. Und dann gibt es da vorgefertigte Symbole, die du auswählen kannst. Jetzt wird es ein bisschen nerdig. Für alle, die noch nie Noten gesehen haben, das sind so Zeichen. Für alle anderen, die schon mal Noten gesehen haben, es geht um... Etwas anderes als Buchstaben. Es geht um Dynamikangaben und Tempoangaben. Zum Beispiel Ritardando, Langsamerwehren. Oder MF für Metzseforte. Oder was auch immer. Filigrando. Da gab es dann quasi so eine Palette, die du nehmen konntest. Da waren so 25 Zeichen drin. Und die anderen 125 Zeichen, die du auch brauchst. Genau, die man mindestens genauso häufig braucht wie die anderen, gibt es aber nur in der Pro-Version. Verdammt. Und diese Pro-Version kostet wiederum 10,49 Euro pro Jahr im Abo. Was ja auch noch überschaubar ist. Inklusive aller Updates und so weiter. Es geht jetzt ja nicht um... Mein Gott. Hunderte. Es geht mir auch nicht um 10,50 Euro. Alles okay. Aber trotzdem, alleine schon wieder, reden wir mal nicht über die Werte, die jetzt, ob der 22,90 oder 10,49 Euro. Warum, Hölle, darf ich Metzseforte schreiben, aber nicht Ritalando? Wo ich dann auch schon kurz überlegt habe, erst war ich so ein bisschen zickeig und habe gedacht, ja, dann schreibe ich das halt selber rein. Mit einem Apple Pencil oder so ein Textfeld mache ich da hin. Und da habe ich gedacht, nee, aber ich will ja auch, dass das halt irgendwie vernünftig ausgeht. Also 10,49 Euro. Du hast ja nicht teures iPad Pro. Weißt du? Da habe ich es aber auch schon wieder so gedacht, Leute, dann macht doch die App von mir aus nicht 22,99, sondern dann macht sie doch halt 29 oder 35. Aber dann einfach mit vollem Funktionsumfang, vor allem, wenn man sich in sowas einarbeitet. Das ist ja auch eine komplexe Geschichte. So, das heißt, du hast ja tausende Möglichkeiten und dann einfach dauernd an so einen Punkt zu kommen, wo es irgendwo nicht weitergeht, nervt mich persönlich immer total. Das ist genau wie Overtone, ne, Tone Projects heißt, glaube ich, eine Plug-in-Schmiede. Korrigiert mich bitte in den Kommentaren, wenn ich falsch liege. Ich meine, Tone Projects gibt es das Plug-in Bass, Basslane? Basslane, ja. Ja, doch. Ich bin schon wieder gefährlich unterwegs heute, was ich sehr gern benutze. Und ich habe mir die Demo runtergeladen. Ja. Alles cool, aber anstatt zu sagen, es gibt ja so Plug-ins, da kannst du nicht exportieren oder was. Ja, ja, ja. Ne, oder Plug-ins, die halt 14 Tage voll funktionieren. Ja. Was macht das Ding? Alle 20 Sekunden, ein, zwei, ja. Jetzt mal ohne Scheiß. Wenn ich die Funktion und das, was dieses Plug-in gemacht hätte, nicht so gefeiert hätte, dann hätte ich gesagt, Leute, geht in eine Ecke und spielt mit Gift. Also, was soll denn sowas? Machen aber die Voxengo-Plug-ins auch gekauft. Ja? Ja, die machen, die machen kein Earth, sondern die gehen einfach aus. Die sind einfach zwei Sekunden still. Das heißt, wenn du Voxengo, nicht die freien Plug-ins, sondern die, die du bezahlen musst, hast, habe ich nämlich neulich auch ein paar gekauft, weil ich die für diese Session gebraucht habe, und die ist dann einfach still und du denkst so, was ist ja jetzt passiert? Und dann, Moment mal, ich habe ja wahrscheinlich noch ein unregistriertes Plug-in und du müsstest mal unseren Freund Witze von White Sea Studios mal sehen. Ja. Der testet ja regelmäßig Plug-ins und so weiter und wenn das Plug-in dann Geräusche reinmacht, dann fallen ihm fast alle Haare aus vor Wut. Das ist wirklich so unfassbar. Gedacht habe ich das aber in dem Moment auch, weil du weißt es ja nicht, vielleicht hätte es irgendwo gestanden auf der Webseite, in der Demo gibt es alle so und so, und du sitzt dann da und denkst erstmal so, erstmal weißt du ja gar nicht, wo kommt das jetzt her? Du rechnest ja nicht damit, dass dieses Plug-in das jetzt generiert, sondern du denkst, scheiße, ne? Die A-Wandler kaputt. Was weiß ich? Was passiert hier? Und manchmal bist du, vor allem, gerade wenn du was testest, wenn du was richtig testest und das weißt du und das wissen wahrscheinlich auch 99% unserer Zuhörer, dann musst du dich ja auch in so einen Tunnel begeben und wenn du dann wirklich A-B-Vergleiche machst oder so, deswegen A-B-Vergleiche alleine schon mit Knackser, wenn du so Plug-ins hast, Akustika-Audio zum Beispiel, wenn du da Bypass machst, egal auf welchem Weg, ob im Plug-in oder über die DAW, der macht ja immer einen Knackser. Ja. So, da kann ich schon nicht vergleichen, geht nicht, weil ich dann durch diesen Moment bin ich einmal Ich auch. komplett raus. Ja. Und dann hörst du da, bist ganz vertieft im Tunnel und dann auf einmal Also Leute, weiß ich nicht, macht irgendwas anderes, keine Ahnung. Naja, aber Sie müssen sich ja sicherstellen, dass Leute nicht sich ständig irgendwie Testversionen mit irgendwelchen Fake-E-Mail-Adressen, die man ja überall kostenlos anlegen kann, runterladen und dadurch quasi permanent kostenlos testen. Wer sich so viel Mühe gibt, um 100 Dollar zu sparen, der hat's auch den Gönnies. Weißt du? Naja. Geschenk. Also. Wir wollen ja weitermachen. Also komm. Also, ersten haben wir, ich glaube fünf schaffen wir nicht, wir machen drei. Ja, wir schauen mal. Ja, alles klar. Nummer? 43. Oha, das ist gar nicht so lange her. Nummer 43 war die Episode Björn und der Feuermelder des Grauens. Ich erinnere mich. Björn und der Feuermelder des Grauens war im Dezember, 10.12.23. Da war ich in meinem Adventskalender-Tunnel drin. Stimmt. Und ich in meinem Flur war ich hier vor allem drin. Bei dir piept's wohl. Also, Episode 43, in der Björn von einer Flurbegegnung der dritten Art erzählt, Jonas einen Zwischenbericht vom Adventskalender abgibt, die letzte Folge des Jahres in vorweihnachtlichem Glanz ihre dunkle Schatten wirft und kurzfristig aus die DAW-Verscheher die Pfannenklopfer werden. Was? Da haben wir über diesen Fleischklopfer gesprochen, ob man mit einer Pfanne auch Fleischblatt klopfen kann. Ach so. Ah ja, da habe ich den Lifehack. Genau. Wie man das ja heutzutage so schön sagt. Wahnsinn. Ja, also der Feuermänner des Todes, da musste ich vor ein paar Tagen tatsächlich noch dran denken, weil ich habe hier, wenn man hier rausgeht, aus der Regie geht es ja quasi direkt die Treppe runter. Das ist ja ein sehr, sehr hohes Treppenhaus, du weißt das, oder ein relativ hohes Treppenhaus und jedes Mal gibt es natürlich Spinnweben, die in der obersten Ecke anfangen zu weben oder zu entstehen und ich habe da vor ein paar Tagen mal da gestanden, dass, wenn man jetzt hier rausgeht aus der Tür, ist wie so eine kleine Emporia, wo man da wirklich so gestanden, was machst du, wie kommst du da dran und hast du mit so einem Besen mich so festgehalten irgendwie am Geländer und versucht, das irgendwie wegzumachen und dann kam mir die Idee Teleskopstab. Ja. Ich brauche einen Teleskopstab dringend und jetzt, wo wir drüber sprechen, der Gedanke war dann zu Ende und kommt mir jetzt zum ersten Mal wieder. Also von daher. Also Swiffer, Gaffer, Teleskopstange, einmal durch. Ich nehme hier einfach mein Overhead-Stativ, das geht ja auf drei Meter irgendwas. Aber das ist doch so schwer. Ja, hallo, ich geh doch hinterher Rudern hier. Ja, ich wollte ja gar nichts sagen, ich habe schon gedacht, das ist ja mit deinen Armen da passiert. Du meinst doch auch nicht so einen großen Pullover drauf. Warum versteckst du die denn noch? Ja, ja. Ja, ja. Ne, ne, aber ich stelle mir dann immer die Frage, diese Spinne, die das da oben gewoben hat oder so, wie viele Mücken müssen denn da wohl vorbeikommen, dass die am Leben bleiben kann? Weil letztendlich ist da ja nicht der Teufel los irgendwie. Das ist so. Ich muss auch nicht vorstellen. Ist ja nicht wie im Wald, wo ständig irgendwie irgendwelche Kollegen vorbeikommen, die man auffressen kann oder sonst was irgendwie. Also bei uns auf dem Balkon sind definitiv auch irgendwelche Nahrungsquellen, weil die sind auch sehr fleißig. Ja, das ist ja draußen, aber weißt du, drin, im Flur, oben links in der Ecke irgendwie, da muss ja schon, ich weiß nicht, wie viel Zufall da mitspielen muss, dass da mal eine Mücke vorbeikommt, damit die Spinne wenigstens einmal im Monat was zu fressen kriegt. Ich weiß es nicht. Ich bin da jetzt aber auch nicht so im Thema, wie du vielleicht denkst. Ich auch nicht. Vielleicht kriegen wir das raus oder wir haben vielleicht einen Arachnophilen-Freund, der uns unten in die Kommentare was reinschreibt. Ich musste gerade überlegen. Arachnophobie ist ja die Angst vor den Spinnen und der Arachnophili ist die Freundschaft. aus dem Griechischen übrigens, nur, dass ich es mal gesagt habe. Komm, geh zur nächsten Folge. Moment. Weißt du, was in der Folge auch noch war? Kann man ruhig auch noch mal erwähnen. Da haben wir leckeren Kaffee aus der Kaffee-Loft getrunken. Oh. Ja. Ja, leckeren Kaffee, den müssen wir gleich auch noch mal nachstecken. Ihr könnt tatsächlich einfach mal, wenn ihr geilen Kaffee wollt, versuchen mit dem Code DHW-Versteher, ob der noch geht. Ob der noch geht. Ob es da immer noch 10% auf den Kaffee bei der Kaffee-Loft gibt. So. Den nächsten hauen wir raus. Die 19. Die 19. 1-9. Okay. Also Folge 19. 19. Such schon. Black Friday am Cybersonntag. Am 27.11.22. Ja, Black Friday ist ja eh immer so ein Thema. Haben wir gerade schon drüber gesprochen, bei Slate. Da kann man ja quasi alles rauspicken. Haben wir letztes Jahr ja auch in der darauffolgenden 23er-Folge dann zum Black Friday. Haben wir, glaube ich, über unsere Lieblingskäufe oder das, was wir uns kaufen würden oder so gesprochen. Ich bin ja so indifferent, was das angeht. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Weil ich frage mich immer, der Einzelhandel beschwert sich darüber, dass das Weihnachtsgeschäft nicht mehr läuft. Machen aber vorher einen mega Black Friday Sale, wo ich dann sage, ja, wie oft sollen die Leute denn was kaufen? Entweder die kaufen ja nicht ständig Kühlschränke und ständig alle Plug-ins und sonst irgendein Kram. Man kann ja nur einmal kaufen und stellt sich die Bude mit jeder Menge Krams vor. Jetzt können wir ja sagen, bei Klamotten kann man auch eine Ausnahme machen. Bin ich also auch, ich bin ja eher so konservativ, was Klamotten angeht. Mein Schrank ist voll und solange der nicht leer ist, brauche ich auch nichts nachkaufen. Außer wenn die Schuhe mal kaputt sind. Aber ja, Black Friday, dieser Wahnsinn. Wie gesagt, ich bin da hin und her gerissen und ich glaube, in 2022 habe ich, Entschuldigung, in 2022 habe ich, glaube ich, ein Video gemacht, was ich mir zum Black Friday kaufe. In 2021 habe ich es, glaube ich, nicht gemacht. Es ist ja einfach, was du schon richtig sagst, diese Systematik dahinter, dass Leute ja bewusst ab einem gewissen, vielleicht jetzt nicht im März, aber wenn sie jetzt denken, im September, Oktober, wir brauchen irgendwas oder ich möchte irgendwas haben, was anschaffen, aber ich warte einfach mal bis Black Friday. So dieses typische oder auch mit den Updates, so eine, war bei Miau und mit Studio Wormel und gesagt, war die ja bis Black Friday. Ja, oder Isotope, das große Update oder sonst was irgendwie. Letzten Endes macht man das ja, macht man es ja genauso, aber unterm Strich, ob mir das gefällt, aber das, wer sind wir, dass wir darüber entscheiden können. Letzten Endes ist es etwas von einer weitaus höheren Stelle vorgegeben und letzten Endes, wenn, solange Amazon das so stark macht, müssen alle anderen das auch machen. Ja. Ich glaube nämlich, wenn du nicht mitmachst, gehst du ja nicht pleite. Nee, kommt aber auf den Bereich an. Ich glaube, wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Online-Handel betreibst, Ja, ja, gut. Wo du immer in Konkurrenz stehst mit Amazon, man muss ja auch mal ganz klar sagen, Amazon ist nicht immer der günstigste Anbieter. Nee, tatsächlich nicht. Das erlebe ich ganz, ganz häufig. Ich habe das auch, gebe ich auch zu, Jahre oder einige Jahre, als das so richtig abging mit Amazon und so, habe ich es auch immer, ja, Amazon, keine Ahnung, Wasserfilter für die, für Kaffeemaschine, irgendwas. Ja, ist ja auch bequem, mal eben schnell. Irgendein Kram, keine Ahnung, ich brauche noch einen HDMI-Kabel, ich brauche noch das und das, Amazon. Wenn man sich aber mal damit beschäftigt und dann irgendwelche Vergleichsplattformen, Idealo oder wie das alle heißt und gibt das einfach mal da ein, Beispiel jetzt mit dem iPad. Das iPad hätte ich über Amazon kaufen können, war aber tatsächlich dann bei meinem lokalen Anbieter hier, warum auch immer, also lokaler Anbieter heißt auch eine Kette, ja, aber immerhin nicht mehr in den Saturn. Elektronik-Partner. So war irgendwie unterm Strich irgendwie 89 Euro, glaube ich, günstiger für das gleiche Modell. Wobei bei Apple ja relativ wenig Varianz in den Produkstreichen ist. Das stimmt. Das höchste ist mal mit den, mit verschiedenen Farben. Hast du mal bei Apple auf der Homepage geguckt, direkt bei denen zu kaufen? Die waren auch mit in dem Vergleich. Okay, alles klar. Genau. Da gibt es ja auch noch andere Wege, je nachdem. Studenten gibt es ja auch noch, wie heißt die, Heise, glaube ich. Heise? Ja, Heise ist ein Verlag, ne? Da erscheinen Fachzeitschriften aus dem Bereich. Der Heise Verlag. Die haben aber auch ein Vergleichsportal. Nee, es gibt irgendwo noch so eine Online-Seite, wo Studenten mit Studentenrabatt bei Apple und so einkaufen können. Aber vielleicht verwechsel ich das jetzt auch schon wieder und ich erzähle Quatsch. Ja, ja. Kann auch mal passieren. Dass du mal Quatsch erzählst. Nein, aber dass die anderen alle Unrechte haben. Nein, Quatsch. Na, geschenk. Aber ich war neulich bei Booking zum Beispiel und wollte wieder meine Unterkunft für den Herbst in Griechenland buchen, wo ich letztes Jahr gewesen bin. Das sind ja die größten Verbrecher. Booking. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich da, wollte ich da meine Unterkunft und die war da nicht verfügbar zu dem Zeitpunkt. Da habe ich gedacht, warum eigentlich immer über diese Plattform gehen? Ich war ja da jetzt schon einmal und habe die einfach direkt angeschrieben und natürlich habe ich noch ein Zimmer bekommen und zwar deutlich günstiger als das, was ich bei Booking bezahlt habe. Und die Kohle bleibt bei denen direkt und ich habe dann auch noch festgestellt, dass die dann auch noch verwandt sind mit den Leuten, wo wir sonst im Sommer immer unterkommen. In Griechenland ist sowieso jeder mit jedem Verwandt. Also sehr spannend. Auf jeden Fall bin ich im September dann wieder von September über den Oktoberwechsel dann quasi wieder in Griechenland. Booking.com ist ja ganz krass. Der Preis unterscheidet sich da, egal mit welchem Gerät du zugreifst auf Booking. Ja, oder die Tageszeit oder ob du zum zweiten Mal zugreifst oder gerade erst frisch. Deswegen nehme ich immer einen Inkognito-Browser. Die sind zwar auch nicht so 100% inkognito, aber manchmal mache ich es auch, dass ich meinen Router nochmal kurz, also die Internetverbindung einmal kurz unterbreche und nochmal neu starte. Ist ja sehr nördig, aber kann sich lohnen, weil dann hast du eine neue IP-Adresse und wenn du dann mit einem Inkognito-Browser reingehst, kannst du nochmal gucken, ob sich der Preis geändert hat oder nicht. Weil wenn die feststellen, der hat schon mal geguckt und der guckt jetzt wieder, dann scheint er ja Interesse zu haben, dann kann ich den Preis schon mal per se um 5 Euro anheben oder sonst was irgendwie. Da sind sehr, sehr perfide Methoden dahinter. Naja, und dann noch, wenn du mit der App reingehst, hast du einen anderen Preis als wenn du mit dem Browser reingehst. Wenn du mit dem iPad, also wenn du mit iOS zugreifst, hast du einen anderen Preis als wenn du mit Android drauf zugreifst. Stimmt, weil die iOS-Leute, die haben ja mehr Geld, weil Apple ist ja alles teurer und so weiter. Das ist echt total verrückt, das muss man schon sagen. Crank, komm, nächste Nummer. Eine haben wir noch und dann wecken wir die Kinder. Äh. Ja? Früher war ja, als wir auf der Bühne gespielt haben mit Atze noch zusammen. Also man muss auch, mein Handy mag überhaupt nicht, dass ich im Flugmodus bin, weil ich muss die ganze Zeit wegklicken, jetzt WLAN für irgendwas einschalten oder so. So, wir sind, oh, Nummer zwei tatsächlich. Oh, Folge Nummer zwei war, äh, ich kann das gar nicht lesen. Was habe ich denn da geschrieben? Lies du mal vor. Das ist klein für meine Augen. Podcast zwei, Schnee, Kaffee und Intermodulation Backups in Mono. Oh Gott, liest die Beschreibung. Meine Güte. Ja, ich sag ja, es ist schwierig. April 2022. Wobei merkt man, dass man älter wird, die Arme werden zu kurz zum Lesen, selbst mit Brille. Also jetzt kann ich es auch lesen. Schnee, Kaffee und Intermodulations Backups in Mono. Oh Gott. Da hat er sich aber einen aus dem Kreuz geleiert hier. Es gibt viel zu bereden und was zum Däubel ist Intermodulation Distortion. Intermodulation Distortion. Das war es. Ja, was ist es? Ja, wir wollen die nächste Nummer vielleicht einfach ziehen. Intermodulations Distortion. Ich glaube, die Folge höre ich mir gleich auf der Rückfahrt noch mal an, damit ich weiß, worüber wir da geredet haben. Ja, es ging um Saturation und Sättigung und dann eben den direkten Zusammenhang oder auch bei Limitern und allem Möglichen, was eben Intermodulation Distortion erzeugt. Aber ganz ehrlich, also wenn wir das Thema jetzt versuchen, irgendwie in einem Podcast. Haben wir ja schon einmal besprochen. Reicht ja. Genau. Ich erinnere mich zum Glück nicht. Ja, unnützes Wissen kann man auch gerne mal wieder stornieren. Muss einfach nur durch die Tür rein und wieder raus, dann ist schon der Spanier der Zeit. Also ich erinnere mich, es hat enorm viel geschneit. Ja. Ja, war ja, hieß ja auch Schnee. Obwohl es Anfang, oder ja gut, aufgenommen haben wir die Folge vielleicht ja irgendwie dann Ende März. Was war das hier? Dritte, vierte, glaube ich, stand da. Ja, dritter, dritter April ist sie erschienen. Genau. Ja, überleg mal, das wäre so wie, wie ungefähr jetzt dann. Und da war hier so viel Schnee, dass wir, dass es hier total dunkel war. Dunkel war, weil der Schnee hier, also quasi hinter uns ist direkt die, die Wand, die an ein Nachbargebäude geht. Ja. Wir sind aber hier höher als Nachbargebäude. Das heißt, das Dach vom Nachbargebäude geht quasi hier an das Fenster. Ich erinnere mich, mein Junge war nämlich noch auf der Grundschule und da rief uns der Grundschuldirektor an, weil der, nee, der rief uns nicht an, sondern der hatte eine Umfrage unter den Eltern geschrieben, ob jemand helfen kann, den Lehrerparkplatz freizumachen, weil sonst müsste der Unterricht ausfallen. Und wir wohnen nur 150 Meter oder 200 Meter weit entfernt von der Grundschule. Deswegen höre ich auch mal das Bimmeln bei mir zu Hause. Auch in den Ferien übrigens, wird nicht abgestellt. Warum? Keine Ahnung. Weil sie es können. Auf jeden Fall haben wir eine Schneefräse und dann haben wir die Schneefräse eingepackt und haben tatsächlich wirklich über eine Stunde lang den Lehrerparkplatz freigedonnert, irgendwie mit der Schneefräse. Das war vor zwei Jahren. Ist das schon zwei Jahre her? Was man nicht alles dafür tut, damit das Kind gute Noten kriegt, ne? Damit man morgens mal vier Stunden Ruhe hat. So ungefähr. Nein, Quatsch. Alles gut. Gute Noten ist ein anderes Thema, weil seine Kinder immer von uns könnt ihr das nicht haben. Zumindest von mir nicht. Die Beweise liegen unten im Keller, schön verschweißt, nennen sich Zeugnis. Also meine Zeugnisse. Von mir können sie es nicht haben, aber zum Glück. Das ist so ein großer Luxus. Das kann ich dir gar nicht beschreiben, dass du Kinder hast, für die die Schule kein Problem ist. Also kein negatives Erlebnis in ihrem Großwerden. Das kann ich nicht mehr denken. Meine zum Glück irgendwie, ich liebe euch ihr beiden, die rutschen da so durch und die sind, mein kurzer, vor allem ohne fleißig zu sein, ich weiß nicht, wie der das macht, aber der hat das irgendwie. Aber es ist so ein großer Luxus, nicht nur für die, dass sie da einfach so durchrutschen und Schule eben keine Belastung ist, Mathe, Englisch, Deutsch oder sonst was irgendwie. Und auch für die Eltern, dass wir uns da nicht durchkämpfen. Also an alle Eltern, wo die Kinder dich mit der Schule durchquälen müssen. Ihr habt mein vollstes Beileid. Ich bin auf jeden Fall sehr happy, dass wir damit nichts tun. Ja, stell dir vor, du musst halt jeden Tag noch nach der Schule irgendwie immer wieder auf das Thema draufhauen und jetzt müssen wir zusammen Hausaufgaben machen und müssen das machen. Und dann gibt es wieder eine schlechte Note und einen Downer und so weiter und so fort und das Ganze dann in Stresssituationen. Ich hatte da auch mal so eine ganz schwierige Phase, so irgendwie siebte, achte, neunte Klasse, so das war ein ganz schwieriges Thema. Ich bin ja zehn Jahre sogar sitzen geblieben. Also tatsächlich bin ich stumpf sitzen geblieben. Sieht man gar nicht. Nee, ich sitze ja immer noch. Aber tatsächlich hat es mir nicht geschadet, ganz im Gegenteil, das Jahr zu wiederholen. Die fanden mich einfach so dufte, die wollte mich da behalten. Und mein Abitur habe ich ja Du glaubst noch ein Jahr in der Szene. Und mein Abitur habe ich ja trotzdem gemacht. Und das ist ja, ich habe ja schließlich zwei abgeschlossene Ausbildungen, Führerschein und Abitur und habe mich ja trotzdem dazu gebracht, dass ich hier sitzen kann und mit dir zu quatschen. Aber bevor wir uns jetzt komplett verplaudern hier in den einzelnen Episoden, wir haben ja noch eine schöne Rubrik, die wir hier aufrufen wollen, die sich so schön nennt. Ja, und was haben wir uns da Fantastisches heute ausgedacht für die Jubiläumsfolge? Du hast ja schon über Distortion gerade gesprochen oder über Saturation und so weiter. Und das Plug-in, was wir besprechen, ist zwar ein Dynamik-Tool, bringt aber tüchtig Charakter mit. Ja, das ist wohl so. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen mit Tonstudio und so zu tun hat, hat das schon mal entweder auf ein Foto irgendwie gesehen oder vielleicht sogar schon mal beim Musikhaus-Online-Händler deines Vertrauens schon mal nachgeschaut, was denn so ein Gerät vielleicht kostet. Wenn du mitraten willst, drück mal kurz auf Pause, dann kannst du mal kurz überlegen, welches Gerät wir wohl meinen mit den vier dicken weißen Knöpfen. Genau, es ist ausschließlich schwarz-weiß, ein HE. Ja. Ist ein Kompressor. Ist ein Kompressor. Und er hat eine ziemlich lange, bunte LED-Anzeige. Stimmt. Wenn du es bis jetzt nicht weißt, der Empirical Labs Distressor. Gut, dass du den Firmennamen gesagt hast, sonst hätte man sich wieder über mich lustig gemacht, über meinen dezenten Sprachfehler. Tatsächlich, es geht um den Distressor. Genau, der Distressor ist ein moderner Kompressor erst mal. Der kann man ohne, ohne wirklich zu sehr auf die Kacke zu hauen, den Markt nochmal neu aufgemischt hat tatsächlich, indem er einen Markt genommen hat. Kompressoren gibt es ja schon seit Ewigkeiten, seit Mitte der 60er im Prinzip schon. Damals hießen wir Limiting Amps. Dann wurde daraus Kompressoren. LA2A, der berühmte Vertreter aus der Lichtfraktion mit Röhren. Dann der 1176 natürlich. Also der Opto mit Röhren. Und dann der 1176 natürlich. Als Transistorvertreter mit einer unfassbar schnellen Reaktionszeit. Selbst bei langsam ist sie noch unter einer Millisekunde. Das ist 0,8 Millisekunden, glaube ich, die langsamste Einstellung. Und die schnellste, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und dann kam plötzlich Empirical Labs mit diesem Gerät auf den Markt. Und mein Freund Jan Löchel, der hat den sogar in seiner Vocal Chain drin. Der hat also einen guten Preamp, auch so ein 1073-Klon irgendwie. Dann den Empirical Labs Distressor dahinter. Und seit ich neulich mal wieder daran erinnert wurde, dass er den benutzt, habe ich den auch jetzt in meiner Vocal Chain drin. Das heißt, wenn ich Livestreams mache oder wenn ich Tutorials aufzeichne, wo ich direkt den fertigen Vocalsound aufnehme, wo ich dann nicht nochmal nachbearbeite, habe ich tatsächlich auch den 1073. Darüber geht meine Stimme rein. So über die UAD. Über die UAD, genau. Und dann kommt direkt der Distressor. Weil das ist schon ein fantastischer Kompressor mit unfassbar vielen Möglichkeiten, der aber trotzdem auch nur das machen kann, wofür man ihn gekauft hat, nämlich komprimieren. Er ist total vielseitig auf jeden Fall. Ja, mega. Also von absoluter Distortion, Soundmaschine, sage ich jetzt mal, bis hin zu subtil, halt einfach nur die Dynamik eingrenzen. Einfach nur. Wir reden ja immer über, bei Kompressoren denkt man ja oft immer an Sound irgendwie. Ja, weil einem das an jeder Ecke und an jedem Ende erzählt wird und den Leuten so viel von der macht Sound erzählt wird, dass die meisten vergessen haben, dass der Kompressor erstmal nur ein Werkzeug ist. Zur Dynamikbegrenzung, oder eben zur Dynamikerhöhung. Whatever. Genau. Das haben wir auch schon mal drüber gesprochen. In einer Folge müsste ich jetzt, müsste man auch mal, vielleicht nochmal nachschauen, aber man kann es auch nicht oft genug sagen eigentlich, dass ein Kompressor die Dynamik nicht nur einschränken kann, sondern er kann sie auch erhöhen. Ja. Und das wird oftmals vergessen, weil gibt es ja diese Sheet-Sheets. Gibt es ja... Spickzettel nenne ich das immer. Spickzettel, ne? Heutzutage heißt es ja Sheet-Sheets. Ja, Sheet-Sheet. 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 Wo dann die einzelnen Knöpfe Ratio, Fresh-Hour-Attack so verglichen werden mit irgendwelchen... Der Kompressor ist wie deine Mutter, da gibt es, glaube ich, so ein Dings irgendwie. Habe ich mal gesehen. Oh Gott. Müsste ich jetzt aber selber nochmal nachschauen, was dann genau die einzelnen Parameter sind. Okay. Beim Distressor finde ich einfach den ganz großen Vorteil, dass du bei einem LA-2A oder bei einem F76 oder bei einem Fair-Shilt oder wie alle diese ganzen analogen Klons so heißen, bist du ja immer, wenn du den LA-2A nimmst, dann kriegst du LA-2A. Ja. Ob das jetzt Waves, UAD, Schlammich. Kernpunkts, selbst die Nachbildungen aus Studio One oder auch Logic. Gibt mit Sicherheit auch kostenlose Tools da, die das irgendwie nachbilden. Ja. Dann kriegst du halt genau das. F76 sehr schnelle Regelzeiten, LA-2A eher langsame Regelzeiten, eine gewisse Form natürlich auch von Distortion oder von harmonischer Verzerrung oder wie auch immer, mal mehr, mal weniger. Und bei dem Distressor, finde ich, wenn ich jetzt einfach will Kompression haben, um etwas zu komprimieren, dann nehme ich entweder den Stock-Kompressor von Studio One. Der gut ist. Der heißt Kompressor übrigens. Oder von Logic, ist auch super. Der heißt Kompressor. Ganz wild. Aber mit C, verrückt, ne? Ja, das ist französisch. Und dann, oder eben dann den Distressor, weil der Distressor natürlich dann die Möglichkeit bietet, zusätzlich zu dem reinen Komprimieren mit einer sehr, sehr weiten Range an Regelzeiten, sehr schnell, sehr langsam, alles dazwischen, hat er eben die Möglichkeit, noch diese verschiedenen Sättigungs- oder Distortion-Modi, kann man ja sagen, dann auch damit reinzunehmen. Und ich bin drauf gestoßen, ja, das wollten wir auch noch erzählen, es gibt ja bald eine Mastering-Masterclass. Ja, genau. Hörte ich. Ich habe mich nämlich gerade schon gefragt, wo der Distressor wohl bei einem Mastering-Engineer ins Spiel kommt. Volle Pulle drauf. Ja, weil der ja, der kann wirklich Sound machen. Also richtig. Also ich komprimiere im Mastering mindestens zwischen 18 und 22 dB. Ja, immer. Ja, also drunter gehe ich ja quasi gar nicht aus der Haustür. Ich kann nicht aus der Haustür. Hallo? Hallo? Nee, tatsächlich, es gibt halt eine Masterclass und wir haben darüber gesprochen, welchen Song nehmen wir, welches Projekt nehmen wir. Ich habe ein Projekt aufgemacht und habe gedacht, wenn wir so darüber sprechen, man sollte ja schon vorher mal reingucken, was vielleicht irgendwie so interessant ist und sehe so, H-U-A-D im Pölke-Lips. Habe ich auch erst mal so beim Laden vom Projekt. Ja, sie ist selbst gewundert über dich. Ich weiß nicht, ist das bei anderen DAWs auch so? Was du gewonnen hast, ist ja, wenn du jetzt ein Projekt nätst und dann laufen die da, je nachdem wie schnell die geladen werden, laufen die da durch und guckst so hin, Standardclip, weiß ich nicht, Limiter, irgendwas und dann so UAD Empökel-Lips-Distressor. Okay, das wird interessant. Das Projekt ist auch schon irgendwie, weiß ich nicht, anderthalb Jahre alt oder so und macht jetzt so auf und denkt, ah, Parallel-Kompression. Natürlich parallel, Logo. Genau, also ich benutze den relativ, ja, regelmäßig, in Anführungsstrichen, für Parallel-Kompression im Mastering, weil er, natürlich hat er den Mix-Regler auch, hat er natürlich in der Hardware-Version leider nicht. Damit ist er ja quasi schon mehr oder weniger parallel regelbar, wenn du ihn auch nicht nur mehr oder weniger, sondern, es ist parallel regelbar, es ist ein Parallel-Kompressor, aber ich möchte eigentlich in der Regel, wenn ich Parallel-Kompression im Mastering benutze, also im Stereo-Mastring benutze, wo ich halt wirklich nur als Quelle den Stereo-Mixler nahm, dann möchte ich in der Regel die Parallel-Kompression noch bearbeiten mit EQ oder mit Filtern oder wie auch immer oder vielleicht sogar noch zusätzlich mit einem Limiter oder je nach Szenario und der Distressor ist da einfach super geil, weil er natürlich diesen Sound, dieses total gritty Dreckig. Klar, ich könnte jetzt auch einen normalen Kompressor nehmen, lass den ordentlich arbeiten, dann kriege ich auch schon eine gewisse Art von Sound, pack ich noch einen Decapitaler drauf oder ein was weiß ich, einen Devil-Lock, wie das alle heißt und dann habe ich vielleicht einen ähnlichen Effekt, aber dafür ist halt der Distressor cool, ob man dafür jetzt irgendwie losrennt und irgendwie 399 Euro für so ein Plugin bezahlt, muss man wissen, aber es gibt den ja auch nicht nur von der UAD, du hast den ja auch noch von der... Ja, man muss das ja erstmal in Relation zur Hardware, also ich habe den in verschiedenen Versionen mindestens zwei oder dreimal, aber wenn du überlegst, versuch mal die Hardware zu kaufen, also die echte Hardware heute zu kaufen, da musst du richtig tüchtig Geld auf den Tisch legen. Es geht tatsächlich, also ich bin relativ... Der ist ja Mono. Naja, ich bin... Müsste mal nachschauen, wo er mittlerweile liegt, aber ich hatte eine ganze Zeit lang mal in meinem Toman, auf meiner Toman ein Wunschliste... Filiate Leaks unter dem Video. Auch, es gibt auch andere wunderbare Musikhäuser in Deutschland. Ja. Wirklich, also egal. Hatte ich mal ein Stereo-Pärchen davon. Es gibt ja tatsächlich so ein Verbindungskabel. Ja, wie beim 1176 auch, so ein Link. Genau, meine ich schon. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht schon wieder Quatsch. Und wollte das ganz lange haben, bis ich irgendwann festgestellt habe, dass das jetzt für Mastering mit Sicherheit tolle Geräte sind. Auch tolle Geräte sind, aber mit Sicherheit nicht dafür gebaut worden sind, um damit im Mastering hauptamtlich tätig zu werden. Das war so in den ganz... In den Grobmotorik unter den Kopf. In den Anfängen meiner Überlegungen. Das Stereo-Paar sollte, glaube ich, um die 3.000 kosten. Du kriegst es aber heute nicht mehr. Wahrscheinlich nicht mehr. Nein, nein. Ich glaube, der kostet 1.000. Ich müsste es jetzt nachgucken. Jetzt kommt auch hier gesundes Halbwissen. Aber der kostet nur 2,000, wenn ich mich nicht täusche. Du bist im Flugmodus und der bleibt auch da im Flugmodus. Ihr könnt es im Zweifel nachgucken. Falls ihr mal nachgucken wollen würdet, es gibt Affiliate-Links hier unter meinem Video. Wollte ich nämlich noch kurz darauf zu sprechen kommen, weil unter meinem letzten Video hat nämlich einer drunter geschrieben, sich darüber beschwert, dass ich mir doch tatsächlich rausgenommen habe, Affiliate-Links unter das Video drunter zu packen. Ekelhaft. Ja, ganz, ganz furchtbar. Also, du. Ganz ehrlich, ich habe dann geschrieben, was spricht gegen Affiliate-Links, nur nochmal, um die Erklärung zu machen. Die Videos hier sind für euch zu sehen kostenfrei. Das Video, das letzte Video hat mich alleine fünf Tage Arbeit gekostet. Mindestens fünf Tage. Der Podcast ist übrigens auch kostenlos. Der Podcast ist auch kostenfrei. Das heißt, wenn ihr uns ein kleines bisschen zurückgeben wollt, ohne extra dafür bezahlen zu wollen, dann nutzt einen Affiliate-Link und klickt drauf, dann geht ein kleiner Betrag an uns rüber. Weitere Bezahlungen gibt es nämlich hier nicht. Ja, und vor allem niemand bezahlt ja deswegen mehr für etwas. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ich denke ja dann immer, wenn sich einer darüber beschwert, dass ich ihr Fleer links runter packe, klar, ich überweise dir deinen Euro zurück, den du fürs Video bezahlt hast. Ah, warte mal, du hast ja gar keinen Euro bezahlt. Aber gut, ist natürlich böswillig. Natürlich mache ich das hier aus meiner Leidenschaft heraus. Der Recording-Blog ist eine Leidenschaft. Ich mache das nur für Geld. Du machst das nur für Geld. Ich mache nur für Geld. Und für schöne Schuhe. Aber ich mache das erstmal, weil ich gerne gebe, weil wir beide gerne geben, genau wie unser Freund Timo ja auch. Timo Krämer begeben gerne. Aber letztendlich, wenn mich so ein Video fünf Tage Arbeit kostet für fünf Minuten Video, dann finde ich es relativ legitim, zu sagen, okay, alles klar, du musst ja noch nicht mal extra bezahlen. Klick einfach auf den Affiliate-Link. Und wenn du da nicht draufklicken willst, ich habe bei dem letzten Video, habe ich da drunter einen Link, der kein Affiliate-Link ist. Also wenn du partout nicht möchtest, dass du getrackt wirst, kein Thema, ist ein Link drunter. Oder man kann bei den meisten Affiliate-Links, kann man hinten den Referrer, den Bezugnehmer hinten, einfach weglassen. Das heißt, du nimmst die Domain, kopierst die eben und dann machst du halt ohne. Überhaupt kein Problem. Aber ich möchte nur noch mal sagen, das ist eine der wenigen Formen, wie wir YouTuber uns refinanzieren können über Affiliate-Links und vor allem eine, die relevanter ist als das, was wir hier über YouTube kriegen. Habe ich nämlich gestern noch mal reingeguckt. Ich habe im Monat über YouTube 400 Euro gerade. Jetzt will ich nicht wieder weinen oder so, aber bei der Menge an Videos und bei dem Aufwand, den ich betreibe, finde ich 400 Euro. Da würde keiner morgens die Tür zum Auto ausschließen, um ins Büro zu fahren. Für 400 Euro im Monat, ne? Deswegen geschenkt an dieser Stelle. Genug gejammert. Habe ich nämlich auch schon mal gesehen, dass wir hier einen Titel hatten, wo ich mich genau darüber beschwert habe. Deswegen soll das jetzt hier nicht sein. Nur, wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, Affiliate-Links oder uns einen Kaffee ausgeben über den Mitgliederwerden-Button. Das ist alles möglich. Oder schickt uns Geld, wenn ihr Geld loswerden wollt. Auch immer gerne genommen. Hier gibt es einen Paypal-Me-Button. Da könnt ihr auch unten drunter was schenken, schenken, sonst was irgendwie. Oder aber, wenn ihr es mit Gegenwert machen wollt, die Masterclass zum Beispiel von Björn buchen. Wenn ihr darüber informiert werden wollt, dann gerne in meinem Newsletter anmelden. Können wir den Termin schon nennen hier? Oder ist das geheim? Wir haben 10. April gesprochen, ne? 10. April. Ja, damit ist es jetzt raus. 10. April. 10. April. Aber ihr folgt Björn bei Instagram. Da gibt es nämlich die Information dann auch. Das heißt, entweder Newsletter oder bei Insta. Dann müssen wir wieder ein bisschen, müssen wir wieder ein bisschen hier, weißt du? Ja, du brauchst ja deinen Social Media Manager. Dann bis dahin noch. Zack, ne? Der dann auch die Performance reinholt. Performance. Genau. In die Reels und so. Und im Prinzip können wir uns damit auch schon fast verabschieden mit diesem kleinen Werbeblock hinten raus, der uns auch erlaubt sein soll. Oder ihr werdet natürlich Premium-Mitglied. Da kriegt ihr nicht nur jede Menge Leistung, sondern auch die Premium-Familie, Tutorials, Hangouts, sonst was irgendwie. Und es gibt demnächst neu im Recording-Blog Premium-Bereich Office Hours. Office Hours. Einmal pro Woche gibt es einen festen Zeitpunkt, wo ich quasi am Telefon sitze beziehungsweise am Zoom oder sonst wo irgendwie, vielleicht auch bei Sessionwire sitze und man kann mit mir plaudern. Office Hours als nächstes Highlight im Premium-Bereich. Und dann werde ich auch mal irgendwann drüber nachdenken, den Preis anheben zu müssen, weil so viel wieder reinläuft. Das ist ja quasi schon nicht mehr wirtschaftlich, das ist ja schon... Können wir uns jetzt bitte verabschieden? Ich möchte diese Frikadellen jetzt... Die Frikadelle, die riecht schon hier so ein bisschen drüber. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen, seit einer Stunde riecht das hier wie in einer Pommes-Vena, wie in einer Pommes-Klitsche. Und für die, die es nicht sehen, sondern nur hören, hier läuft so ein kleiner Spucke-Faden, so ein Speichel-Faden schon so runter an der Seite. Auf jeden Fall. Nein, wir können uns auf jeden Fall verabschieden, werden uns dann natürlich in Folge 51, in Episode 51, dann in zwei Wochen an dieser Stelle hier wieder hören. Da werden wir dann die Frikadellen revieuen. Ja. Wir machen jetzt gleich erstmal ein Unboxing. Frikadellen-Influencer. Genau. Ja. Schön, dass ihr dabei wart bei unserer Jubiläumsfolge Nummer 50. Über zwei Jahre die DAW-Versteher, der Podcast hier Wahnsinn. bei YouTube und natürlich bei allen einschlägigen Streaming-Plattformen. Ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen und es hat mir bis hierhin schon sehr viel Spaß gemacht mit dir, lieber Jonas. Freut mich. Mich auch. Kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich aufs nächste Mal und schaltet in zwei Wochen wieder ein, wenn der liebe Jonas Folgendes sagt. Dein Song ist besser fertig als perfekt. It's better done than perfect. Damit ab ins Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Bis die Tage. Macht's gut und jassas. Ciao. Ich brauche noch einen Kaffee. Das war schön. Gute Folge. Das hat mir auch Spaß gemacht. Ich glaube, das wird, kann man mir nicht vorstellen, dass das einer nicht gut findet, wenn wir heute gemacht haben. Sollten wir heute, sollten wir auch häufiger machen. So treffen, Kaffee trinken, quatschen. In zwei Wochen. das war Jesus. Bis zum nächsten Mal. Nie behebel, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.